Sie sind endlich zurück im buntesten Abenteuer aller Zeiten. Voll lecker, Oma! Neue Freunde. Genedophil, das ist Dixi. Ihr werdet sicher schnell Freunde. Alte Feinde. Jetzt müssen wir alles abreißen. Du kriegst den Hof nicht. Große Gefühle. Ich trainiere dafür das Turnier. 2000 Euro Preisgeld. Versuch es. Und noch größere Herausforderungen. Warum machst du das? Dass so ein Pferd wieder Vertrauen fasst, ist nicht einfach. Jetzt müssen Wendy und ihre Freunde beweisen, dass Vertrauen Wunder bewirken kann. Ich brauch dich. Wendy 2. Freundschaft für immer. Im Kino.